Okay, ich habe mich anders entschieden, das mit Olymp mach ich nicht, das ist unmöglich, ich schaffe es gar nicht und ich versuche einfach jetzt mit Agrabah mal. Nachdem ich das Ende besiegt habe, äh, nachdem ich, äh, am Ende bin, dann kam man, glaub ich, muss man, äh, gibt es, äh, sich's nicht kennen, wo man Level 60 sein muss, um alles mögliche, bei Level 80. Da stand, neun Treffer einstecken. Und mit dem Schlüsselschwert, das ist einfach unglaublich, dieses Schlüsselschwert, das ist... Ab nominal. Okay. Ich scheiß auf die Punkte. Sag ich jetzt und danach greif ich noch diese Fettköpfe von Wiener an. Ja. Das war die erste Ebene. Belohnungen sind das hier. Nächste Ebene. Ich muss mich neuen Treffer einstecken. Okay. Ich hoffe, ich lande im Roten. Wieso nicht im Roten, verdammte Scheiße. Gehen wir. Okay. Okay. Wir haben einen Treffer. Wir haben noch mehr als die Fettköpfe von Wiener an. Wir haben noch mehr als die Fettköpfe. Wir haben noch mehr als den Treffer. Wir haben noch mehr als die Fettköpfe. Wie viel von einem Stabärker? Wir haben noch mehr als die Fettköpfe, sondern die Ecke. Das war's für heute. Der Leor hat noch in sein Verdärben so ein Dung Kopf. Okay. Aber wo ist der Wichser? Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt eingesteckt habe. Okay. Guck ich mir gleich an. Wenn du den Gegner mit an... ...wieso nicht? Subfeater. Hm. Abhauen. Ja. 31.000. Ja, klar. Nichts eben. Sieben Treffer. Wie viele Gegner sind es hier? Drei. Sieben Treffer. Das ist ja weilig. Doch, sieben Tesla. Oh, genau. Okay. Man muss echt manchmal echt so viel Glück haben. Was ist das für eine Satzkonstruktion? Okay, zwei davon kriege ich. Nächste Ebene. Ich muss verflixt um... Okay, ich hab's geschafft. Geschafft. Ja klar, jetzt muss ich da hinlaufen, ne? Jetzt kommt Eliminator. Geschafft. Ja, das ist auch... Das mit dem Olymp mache ich nicht. M-m-m. Mach ich 100 pro nicht. Silberring. Wunderschön, aber leider ohne magische Kräfte. Könnte allerdings gehören. Okay. Yay, jetzt bin ich noch 53. Jetzt ist die Kack aber richtig am Dampfen. M-m. Wo ist das, was ich gerade bekommen habe? So hier. Das war aber mal ganz easy, um leichte Aufgaben zu machen. Okay, ich bin jetzt... Jetzt kann man echt sagen, dass ich overleveled bin. Man kann das nicht mal verleugnen. Man kann es nicht mal verleugnen. Das mit Olymp war eine gute Trainingssession, so gesagt. Die Gena, die jetzt bald kommen, sind solche Witzfiguren. So schnell besiegt. Ich geb' ihn mal Aladdin. Hier. Ich hab' ein kleines Problem. Ähm... Schmuckschügel sind verschwunden. Ich hab' keine Ahnung wohin. Was du an Silberring findest? Kannst du ihn dann zurückbringen? Ja. Hier. Ähm... Nicht schlagen. Ja. Gut. Jetzt haben wir ja noch... Jetzt haben wir... Das hier gelöst. Wie viel hab' ich davon jetzt noch? Perfekt. Genau vier. Es lohnt sich die Mission zu machen. Ausweichrolle gelernt. Okay. Jetzt noch dieser RD-Bagger und danach hab' ich das sowieso geschafft. So, damit haben wir das auch erledigt. Speichern wir mal ab. Wir sind 53. Jahre alt. Ja. 20 Spielstunden. Erkundung beenden. Ja. Ähm... Mogri? 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 Und du? Hast sowieso nichts zu sagen. Egal. Wir gehen jetzt mal in die erste Welt. Ja. Ja. Fragezeichen. Wir wissen was das ist. Bis später dann Riku. Pass auf dich aufs Sura. Kannst du dich... äh... kannst auf mich verlassen? Ja. Der Bug hat schon die ganze Insel befangen. Erstmal brauche ich aber meine Kraft zurück. Der Bug kann noch etwas warten. Ja. Das ist das richtige Stichwort hier. Wir müssen erstmal seine Kräfte holen. Und das dauert noch einige Zeit. Jetzt kommen aber diese komischen, äh, Bug, äh, Herzlosen. Ah, da seid ihr ja. Aber um die ganze Kraft hier zurück zu wollen, dauert das eine Ewigkeit. Das ist echt jetzt so. Das dauert jetzt eine Ewigkeit. Bei jeder Welt muss man das öfters dann suchen. Das mache ich dann offscreen. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Okay. Sechs Prozent haben wir schon. Die Resten prozent zu holen, das ist eine andere Sache. Wie seid ihr eigentlich wieder da? Ich habe euch heute davor getötet. Kommt ihr immer wieder an? Ich bin jetzt richtig froh, dass ich diese ganze Kacke erledigt habe. Bisschen Meteoriten auf die Insel machen. 12 Prozent haben wir schon. Die Resten. Die Resten verkauft wie man ja richtig hoch habaaaar. Aber die Kacke nicht genau. Und das? incentive Kunden an Frankreich ist ja so reorgan. Durch das hier zum Beispiel. Und durch die Spezial-Bugs sind auch hier. Was greifst du denn da an? Wartet nur ab, wenn ich meine volle Kraft habe, dann seid ihr sofort tot. Ihr berührt euch doch schon, was ist los? Okay, 15% haben wir. Die restlichen Prozente kriegen wir hier. Durch einen speziellen Bug-Bot. Der muss eigentlich hier öfters auftauchen. Auf dieser Brücke taucht er öfters auf. Wer ja unten, ich weiß nicht. Ach, da. Jetzt haben wir drei Minuten. Jetzt haben wir das bald voll. Und dann können wir gleich weiter. Jetzt muss ich einmal noch hier auftauchen. Ey, du hast zwei Prozent, Mann. Zwei verfickte Prozent, das dauert doch nicht mal so lange. Vielleicht kommt er auch unten wieder. Nein, da taucht noch dieser Mixer hier auf. hochspringen, danke. Manchmal muss man sich hier echt mühselig suchen. Okay, da haben wir das auch. Da will ich noch nicht. Ich will das mal alles hier haben. Kann ich ja nebenbei echt mal Schlüsselschwert aufleveln. So kommt da nicht. Da bist du. Jetzt haben wir das alles. Jetzt auch immer kommt ihr öfters, oder was? Okay, jetzt haben wir das auch geschafft. Ich spüre eine starke Energie. Äh, sie konnte die Quelle des Bug-Sensora. Einziger mal zum Snackern, willst du sie betreten? Ja. Egal was für eine Ausforderung kommt. Ich schaffe die jetzt locker. Halte man das verboten. Okay, Stumpf und angreifen. Schatten-Crosser. Oh, Defendor. Jetzt sehen wir uns mal richtig. Und ich greife dich alleine an. Ohne Goopies Hilfe. Verfickt, ja, vergessen. Mein... Hellkommando sind verboten. Darf ich nicht so viel angreifen? Die Entwickler sind auch richtig kacke. Sie bauen sich diese... Ah, das ist eine Herausforderung, ja. Ich darf jetzt nicht mehr verlieren. Ich muss ja in die andere Richtung. Ich muss ja in die andere Richtung. Okay. Leckt mich. Ich muss euch nicht mehr töten. Okay. Zähl. Bonus, wie gibt es denn hier? Nächst elebne? Ja. Ach, locker. ok ich weiß auch wie ich das jetzt mache so silberblöcke man warte mal zu diesen explosionsdingern dann hast du arschkarte gezogen so wenn es dir lieber ist auf die andere tour machen ist kein problem wieso werde ich nicht geheilt verdammt wieso werde ich nicht geheilt klar jetzt haben wir mit den grünen auf ich kann mich ja so sehr verletzen ich verstehe nicht warum ich mich heilen konnte aber egal was so dass es liegt und stark an den vorigen level so vergessen meine ganzen fähigkeiten verloren die abkühlung in allen lebenslagen könnte sind die gehörten hab ich schon riku ein bug ist beiseite ich kann mich jetzt etwas freier bewegen hier werden erinnerungen wach was ja hier hast du mir das erste schlüsselloch gezeigt ich wollte dass du den umgang mit den schlüsselbeschwerten lernst und die regeln der datenwelt ach du wusstest dass mich hinter dem schlüsselloch dieser riesige herze riesige gegner erwartet würde ja tut mir leid zora für aufwärmung aufwärmung übungen war keine zeit im tagebuch hatten die herzlosen die walten was die welle zwischen den welten bereits zum einstürzen gebracht nun begann auch der wahl zwischen der datenwelt und der realität unter dem wachs zu bröckeln ich habe das zu meinem vorteil genutzt und mickey die anderen rüber geholt und den eintritt im tagebuch zu entschlüsseln dem ziel sind wir aber noch keinen schritt näher ich hätte sie da einfach nicht reinziehen dürfen ach das macht doch nichts wir müssen sie nur wieder nach hause kriegen zurück an die arbeit ok folge jetzt kommt travestone ein paar karts zu besiegt ja 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 schön ach ja erstmal ausrüsten oder erstmal weltmini freies erkunden vielleicht braucht sie ja diesen fächer ich gebe ihnen das jetzt mal ab hier ja klappt fächer ich habe ihn schon gefunden und gibt es mir jetzt was hier habe ich schock erhalten kommando matrix was ist ein schocker ich bin hier oben rammelt den schlüssig wird in den boden erstörten schocken er trifft den gegner schocker tag leise beschleunigt das nein irgendwie trippel drohne bekommen das will ich auch mal gleich mal testen trippel drohne wo ist diese trippel drohne da da scheint drei einschlüsse und die gegner verfolgen mehrere ziele durchdringen klingt geil nichts davon würde reinpassen ok weltmini erkundung beenden ja speichern hier ab stadtportal ok wir sehen uns gleich mal wieder ok